Äh, mein König, sollen wir dich langsam mal angreifen? Ja, sehr gut. Also, wir brauchen jemanden, der vorreitet und schon mal nachsieht, wie stark die eigentlich sind. Ihr kennt ja das Spiel. Also, lanzen nach vorne. Gut, seid ihr bereit? Ich kann das nicht leiden. Also, Ene, Mene, Mu und raus bist du. Raus bist du noch lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist. 68, mein König. Ich war knapp daneben. Warte, was? 68? Also gut, na schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14... Ach, verdammt, wo war ich jetzt? Egal, geh du einfach. Du schaffst das. Blas das Horn. Wenn ihr noch mehr geilen Scheiß sehen wollt, dann klickt doch auf eins dieser Fenster hier. Ha, 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 ich bin ein Computer. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha.